Ich geh mal weiter, du kannst verschieben. Oh, oh, äh, ja mach mal, du schaffst es schon. Intellekt, boah, ich bin schon wieder beeindruckt. Da unten irgendwas. Ja, aber das musst du diesmal öffnen, weil ich bin nicht, dass der alte Mann immer alles kriegt. Mit E macht man die Kisten auf. Ja gut, das hätte für ihn besser gewesen, oder? Wenn der einzige, der jetzt Zauberspräche macht... Können wir doch bestimmt irgendwie, äh... Können wir das tauschen? Ja, ja, ja. Dann tauschen wir mal. Weil dann kriegt der Ritter nämlich das mit dem Leben. Achso, du willst, dass der Ritter Leben kriegt, nicht die Bogenschütze? Nö. Okay, dann soll der Ritter das kriegen, okay. Du kennst doch nicht so viel mit dem Bogenschützen wie hier. Oh, oh, warte, 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 warte. Ey, der ist echt agil, der Alter. Du machst das schon. Da oben ist bestimmt irgendwas Secretmäßiges. Das schaffst du schon. Ne, das müsstest du machen. Ist das wirklich so? Mit dem Schieben? Ist das eine Schiffschaukel, oder? Ist das hier unten? Ist das gar nichts, oder wird's? Was soll ich hier machen, oder? Kann auch nicht. Nicht gewaltig. Ist nochmal so eine Schiffschaukel. Wo? Check ich nicht. Dümmer? Ne, dann komm. Ne, schade. Du kannst dich auch unten abseilen, ich muss das hier schaffen. Wenn du mir das nicht... Ja, dreh dich nochmal. Oh nein, nein, andere Rechner. Was für die Schärmster, oder was? So, ich bin jetzt drüben, mach was du willst. Oh, siehst du irgendwas? Ich hab Angst, dass ich in den Tod stürze. Ne, ist nicht. Okay. Was vor unseren Helden lag, war unbekannt. Sie hatten seit langer Zeit keine Menschenseele gesehen. Die Untoten hatten alles verwandelt. Sie waren vom Bösen umgeben. Aber unsere Helden mussten vorankommen. Sie waren auf der Suche nach dem Grab. Der Zauberer war sich sicher, dass es zu dem Gründer der Astralakademie gehörte, der einer der drei Hüter war. Wenn sie sein Grab finden könnten, würden sie vielleicht einen Zauberspruch finden, der sie von dem Prime befreien könnte. Wo sind wir? Wir sind unter der Astralakademie. Niemand war in den letzten Jahrzehnten hier. Mein Schwert soll uns auf dem Weg anführen. Folgt mir! Hier sind Spinnenweben. Was sagt mir das? Ich liebe Spinnen. Gut, ich bin ja mal raus. Okay, der bringt irgendwie nix, der Würfel hier. Kannst du das da runterschießen? Nö, kannst du nicht. Alter, der Kamikaze! Skelett! Alles geplant! Mhm. Wie komm ich hier rüber? Oh, da geht's runter, wa? Oh, ja! Bist du auch noch was? Nö, nur diese grüne Flasche. Nö, nur noch die Bogenschütze. Achso, du bist der Dicke. Okay, cool, dann nämlich die Bogenschütze. Ja klar, er trifft mein Fuß. Das war die Achillesferse. Das war die Achillesferse. Pass auf, pass auf, da ist noch einer. Ne, toll. Feuer. Oh, oh, oh! Guck mal da! Guck mal da! Ähm, ja. Ich weiß noch nicht wie. Bums! Mit dir nicht. Ach Gott. Ähm. Okay, ich hab offenbar besser als Kiski gezeichnet. Ja, komm hoch! Als wenn du das jetzt nicht kriegst. Nimm mal die Bogenschütze, die hat ein bisschen mehr Jump-Skills. Der macht ein bisschen mehr. Ich bin ganz sicher. Der war da zu hektisch, der Mann. Ey, was soll denn da? Ich werd sicher noch aufgefucht. Was soll denn da? Kann sich warten. wie wäre es wenn du einfach die Baumschütze nimmst? Das wäre eine gute Idee. Ich glaube, das kriege ich nicht mehr. Oh Mann ey. Das war doch leicht. Ja, total. Aber wenn du einen Lachflash kriegst, dann ist es irgendwie... Was ist jetzt passiert? Hier unten. Oh shit, da war ein Stachel, den hab ich nicht gesehen. Oh oh, Hilfe, Hilfe, ich bin nicht alleine. Na toll. Ich will das haben. Abspeicher... Ja, genau, das wollte ich. Also irgendwie... Das sieht mir gerade an. Du musst da das Skelett-Piemer kaputt machen. Kaputt gemacht. Oh, der hat was blaues verloren. Ich hab's doch gewusst. Was denn? Das war ne Spinne. Und ich hab Amulett des Mana gewinnt. Ich denke, das kriegt auch der alte, oder? Glaube, so gucken. Hier, ich hab dir was vorbereitet. Ja... Ja... Ich hab da mal was vorbereitet. Ja, das Problem ist nur, dass... Ja, genau. Dass ich da nicht hochkomme. Oh, ich bin die Aru. Ich häng hier meistens ab. Ach man, das ist doch ätzend hier. So, ich erschreck dich jetzt. Buh! Dankeschön, Dankeschön. Oh, Alter! Da ist irgendein großes Viech. Hast du das gesehen? Ja, ich muss hier erstmal hochkommen. Ich muss jetzt erstmal hier die... Kette dimmen. Weiß! So. Also wunderschön. Ich weiß nicht, ich mach nicht so viel ab. Äh, von hinten? Wahrscheinlich auf dem Kopf. Ach, soll ich hoch? Klar, zieh mal bitte. Oh, ich bin voll geil. Hau hin! Oh, den Tod hat er. Oh, den Tod hat er. Oh, den Tod. Endgültig, hopps. Immer ein bisschen drauf rumspringen. Alles gut. Äh, wenigstens Schatz hätten sie ja hier hin machen können, oder? Da ist er hier. Jaaa. Jaaa. Für den Ritter gefunden. Ach, guck mal da. Jetzt erklären sie mir, wie ich ein Objekt aufnehmen muss. Wahnsinn. Das kam echt früh die Erklärung. Hast du ein Upgrade? Hast du das Upgrade? Ne, der Ritter. Ich hab nix für den Ritter. Äh, wo die Fertigkeiten sind. Warte. Ah, ah. Ich hab meine Punkte schon aufgefallen. Ähm. Ich glaub, hier musst du den Zauberer steigen. Ja, du könntest erstmal den Wohnschützen da hinten kaputt machen. Ich wollte die schon schauen. Ja, warte. Wogenschütze, ich bin bereit. Ja, ich hab dir Fuß getroffen. Gut, dass die sterben, wenn man die in die Füße trifft. Das tut mir auch verdammt weh. Ja, ich hätte den selber töten können. Fett mir das auch. Das ist genau so. Nein, du musst immer warten, bis ich das bin. Bin die Bogen Schütze. Damit du dich wichtig fühlst? Ja, damit ich mich wichtig fühle, ist das wichtig. Wie kommen wir denn an diese komische, wie kommen wir denn da ran? Oh. So nicht. Du hast mich grad umgebracht, dankeschön. Entschuldigung. Ja, ich glaub dir nicht. Jaaaa! Waaa! Waaa! Jaaaa! Waaa! Waaa! Ach, gucken wir mal, wie man denn mit aufhört. Oh! Hör doch mal auf, ich... Du hast mich echt umgebracht, Alter! Okay, zeig mich doch! Ja, toll! Ich bin trotzdem hier fest. Mach doch das auf das dumme Fass! Jetzt ist es vorbei, dankeschön. Achso. Ja, ja, ich würde das Ding da oben haben. Oh, das war falsch. Na, das hat keine Lust. Na doch, warte mal! Gib mir mal die Bogen Schütze, bitte. Ja. Warte, warte. Ich mag aber, es funktioniert nicht so jetzt. Oh, schade. Das sieht irgendwie immer kompliziert aus. Oder hab ich nur... Oh, guck mal da oben, guck mal da oben! So. Das ist nicht so richtig. Oh! Mensch! Ja. Muss man halt den Mann ranlassen. Oh! Komm! Pass auf, da kommt ein Gerippe auf dich zu. Ja, das machst du schon. Ja, ich lass mich nämlich gerade umsingen, aber... Ja, ich mach das schon. Oh, das war alles klar. Ja, gut, ich mach's. Können wir ja nicht anders von dir. Das war knappig. Oh, der Fall ist da. Und jetzt... Hänge ich hier irgendwie fest. Ich bräuchte mal den Zauberer. Ich muss gerade erstmal selber weiterkommen, irgendwie. Was? Mal, was ist da noch da drüben rum? Ich versuch... Versuch da aufzukommen. Wir können auch tauschen, gib mir den Zauberer, ich geb dir die Tusti und du hangelst dich hier hoch. Ja, ich bin ja dabei, aber geht nicht. Du musst ja die Taste verdrücken. Hab ich schon gemacht, hab ich schon gemacht. Ja, nie. Das sähe ich nicht. Aber die ist zu Recht, die ist zu Recht. Ja, die ist zu Recht. Ja, sie ist zu Recht. Die ist zu Recht. Die ist zu Recht. Ja, sie ist zu Recht. Ja, sie ist zu Recht. Ja, sie ist zu Recht. Du hast sie umgebracht, wir haben es alle gesehen. Nee, so nicht. Ja, nein, so nicht. Warte mal, noch nicht machen. Mann, ich bin doch in den blöden Kisten mal. So, jetzt. Aua! Das war irgendwie... ...klar. Was hat sich zu viel sterben? Äh, wie kommen wir jetzt hier raus? Ja, klar. Wir brauchen Kisten. Ja, ja, komm schon, komm schon. Da. Ha, ha, ha. Warte mal, wenn... So? So besser? Das besser ist halt wenig nicht. Okay, dann kommen wir nicht ans grüne Ding ran. Deswegen werden wir nicht ungebracht. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Oh Gott. Weiter hier. Boah. Boah. Oh. Sag doch, hängst du was. Weißt du, der sagt kein Wort. Oh, ich habe Oh Gott gesagt. Ja, Oh Gott. Mhm. Das heißt, dass du sagst, Oh, Hilfe. Ja, ich kann nicht. Warte. Ich kann nicht. Du bist witzig. Ich kann auch nicht. Nein! Ich habe mich in den Rücken geschossen. Ich bin tot. Ich habe mich in den Rücken geschossen. Nein, Mann, Mann. Oh. Einmal mit Profis. Oh Gott. Was machst du jetzt? Du kommst da nicht ran. Du musst weiterlaufen. Du kommst da nicht ran. Wie du... Da oben ist ein Speicherpunkt. Kommen wir denn wieder? Ich hoffe. Oh, ey. Ja, das war sehr, sehr intelligent. Interessant. Am letzten Checkpoint. Am letzten Checkpoint. Wer bist du schon wieder? Geh weg. Ach, nein. Ich nehme die hier. Mach aus der... Oh, Mann, ey. Das gibt es nicht. Aber, was ist das? Das gibt es nicht. Guten Tag, Arro mein Name. Nee. Haha. Mach das jetzt so. Ja, das sieht sehr professionell aus. Sehr professionell. Es funktioniert wahnsinnig toll. Du hast die wieder... Wiederbelebt? Cool. Nee, die ist irgendwie... Wieder da gewesen. Okay. Jetzt nehme ich es dir da. Dankeschön. Das war... Cheaten. Ich habe gecheatet. Voll geil. Äh... Fossi... Macht hier schnell durchlauch, okay? Nö, das ist doch schon alles... Wenn... Wenn du so lange brauchst... Selber schon. Das ist doch schon alles gemacht. Ach so. Also das... Kannst du mal bitte aufhören mich umzubringen? Scheiß, Böder. Ja, du bringst dich doch selber um. Ja, gut. Aber... Muss mir ja nicht... Äh... Äh... Muss der Dicke sagen, der in die Stacheln reingesprungen ist? Ja, ich wollte nur abspeichern. Aha. Was denn mal ich die Stacheln jetzt so auf dem Rücken? Ja, Erfahrung ist einmal. Guck hier, wer sammelt die Dinger ein? Ja... Wo? 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 Was ist das? Was? 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 Nein, der Dicke. Mich will das Geld kloppen. Mhm. Oaaaah. Ich hab immer nur getroffen. Alter, ich bin so geil wie Legolas. Was machst du denn? Du machst wieder lauter komische Sachen. Du machst wieder lauter komische Sachen. Wir sind nicht... Ah, 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 ah. Okay. Nee. Ach, wie gut. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ich bin durch. Schaffst du's? Falsche Richtung. Ja? Wie droht das? Ich weiß nicht. Das ist... Meins. Das ist meins. Oder das ist eine Spinne? Oh, das verletzt dich. Ja. Ja. Bring mich um. So ist richtig. Ja, wir nehmen die Stacheln mal mit, ne? Denk ich auch. War irgendwas da? War irgendwas da? War irgendwas da? War irgendwas da? Habe ich nicht gesehen, als war sie nicht da. Hörst du das Geräusch? Nein, hör ich nicht. Ich mag die Stacheln. Ja, die sind cool. Hör dich denn echt gut? Da oben bist du noch was drin? Da hab ich nicht so was drin. Da oben bist du. Ja, genau. Ja, super. Und jetzt noch irgendwie... Nee, geht nicht. Das war irgendwie trotzdem. Ja, super. Ab in die Staffel. Okay, ja, bring mich um. Bring mich um. So ist richtig. So ist richtig. Nein. 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 Habt ihr das gesehen? Der wollte mich umbringen. Nein, überhaupt nicht. Muss da irgendwie was drin machen. Also da brauche ich auf jeden Fall ne Kiste. Schafft sie sonst nicht. Ich räume mir gerade erstmal kurz auf. Noch ein Stachel. Und noch ein Stachel. Ja. Das ist wunderschön. Wunderschöne Kunst. Du kannst ja zwei... Also ich kann zwei Kisten auf einmal... Ja, ja. Gehst du weg? Was war denn das hier? Du hittem. Du hittem. Oh, äh. Ja, das ist nur ne süße Kiste. Wahnsinnig süße Kiste. Okay. Ja. Ja. Mhm. Wunderschön. So, jetzt zeichne mal. Oh. 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 Dankeschön. Oh, da, da, da. Da ist ne Spinne. Das ist ne riesengroße, eklige Spinne. Oh. Ups. Die hat mich runtergeschleimt. Die hat mich runtergeschleimt. Und da drüben... Wie langst du denn das ist? Oh, die hat mich angesprochen. Die hat mich angesprochen. Kämpft wie ne Frau. Äh, wie ein Mann, mein ich. Was jetzt? Was jetzt? Ich müsste schon entscheiden. Da oben ist ne Kiste. Ich weiß, aber ich krieg's noch nicht. Ich hab hier was eingesammelt. Du bist noch trotzdem noch so was solltest. Ähm, ja. Kriegst du die Kiste? Weiß ich nicht. Nein, ich krieg's noch nicht. Na, also. Und, hast du? Aber, äh, nö. Du bist gleich tot. Ähm, ja, mach ich halt den. Kannst du, kannst du den mal anschucken mit dem Magier? Dass du den so hin und her schwingst? Ja, das hab ich grad gemacht. Nee, schafft er nicht. Boah. Schafft er nicht. Heizstopp. Äh, doch, das geht. Warte. Äh, dann müssen wir hier den hier machen. Äh, w-was? Was war das denn? Ich weiß das nicht. Ich hatte Angst, dass du mich in die Stacheln schubst und das segen. Jetzt komm ich aber nicht mehr hoch. Doch, ich komm hoch. Au. Warte mal, warte mal. Warte mal. Hör doch aufs Ding zu bewegen. So, jetzt darfst du. So, äh, w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Hier. Das ist echt ein Service. Mana-Feole gefunden. Und jetzt? Gut. Dankeschön. Dankeschön. Weiter geht's. Da oben ist was. Ja, so geht's auch. Danke. Okay, wie kommst du jetzt hierher? Äh, so. Ist ganz einfach gewesen. Perfekt. Schau doch das an. Es muss das Grab sein. Ja, du hast recht. Das ist das Grab des Hüters. Es hat überall Inschriften. Ich brauche Zeit, sie zu entschlüsseln. Als der Zauberer die Inschriften entschlüsselte, tauchten Legenden von Artefakten auf. Es waren einmal drei Hüter, die jeder ein Artefakt beschützten. Der Trine war ein Artefakt der Seele und der Gerechtigkeit, sowie Katalysator guter Kräfte, die schweigend geholfen haben, junge, gutherzige Zauberer in der Astralakademie aufzuziehen. Die beiden verbliebenen Artefakte wurden nur flüchtig erwähnt. Das zweite Artefakt, dem man Verstand und Macht zuschrieb, wurde in dem großen Schloss in der Mitte des Königreiches gelagert. Okay. Also müssen wir jetzt zum Schloss her? Ähm, ja. Ich würde sagen, dass wir jetzt da auch gleich hingehen. Weil wahrscheinlich kommen wir auch nur woanders hin. Ich bekomme von diesen ganzen Kämpfen Hunger. Warum hörst du mir nicht zu? Das ist aufgeregt. Wir müssen schnell zum Schloss. Geräusche hört sich an wie bei Feldern. Oh Gott. Wir gehen da entlang, wo anstelle von kleinen Skälen die Große liegen. Die Gelände geräuschen. Es ist der schnellste Weg zum Schloss, mein Liebling. Vertrau mir. Ich glaube ich gerade hier im Popbox. Mich erschlägt eine Kiste und dann verschwindet sie wieder. Und keine Ahnung, ganz komische Sachen. Du wuckelst auch ein bisschen. Du musst ihn töten. Du musst ihn töten. Dankeschön. Schubst mich in die Staffeln. Warte mal kurz. Warte mal kurz bitte. Äh. Wenn du den Sender zum Vergeschloss hast. Das ist was? Gut. Das liegt dann im Internet. Warum das alles rumbackt bei dir? Ja, gerade ist ein bisschen komisch. Hilfe. Ich hoffe ich bin jetzt nicht gleich hier weg. Äh. Ja. Jawohl. Jawohl. Oh cool. Kommst du klar? Nö. Okay. Ah, guck mal da oben. Au. Ist er dumm hier. Kommt, du siehst. Was musst du machen? Ah. Ja, passt. Warte, warte. Nein, bleib drauf. Ganz links ist es noch ein.